da sage ich doch nicht nein 11 was für gottesfürchtiger mann ich bin kein gottesfürchtiger mann ich bin ein mensch der versucht irgendwie über die über 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 und leges da 9,9 k groschen mitnehmen war fast 100.000 zusammen das lohnt sich richtig hier vorbeizuschauen bei dml wenn du dem stuff verkauft hast ich einmal was puttern hier lecker schmecker und einmal pennen es morgen um acht dann geht es mir gut und dann mal vielleicht kann geht die rät ja jetzt mit mir platzieren was ist das denn da was habe ich denn da für ein buff spieler ruf ne hier buffs was ist das denn reines gewissen einem reinen gewissen schläfst du besser dann du hältst fünf prozent mehr erfahrung bleibt das jetzt für immer oder läuft ab das wird das für immer bleiben theresa theresa war noch eine stunde da ist sie doch hallo theresa oh ich habe neue punkte vitalik ein eingeht wollen wir einen spaziergang machen ja spaziergang machen wir auf jeden fall einen schönen spaziergang jetzt einmal wo gehen wir denn hin wir gehen ja mal ganz woanders noch mal hin lange gegangen und wirst du mir verraten warum wir hier sind hier ruht mein bruder oh das wusste ich nicht ich wollte hierher zurück kommen aber ich traute mich nicht allein das war klug hier ist es noch nicht sicher manchmal gebe ich mir die schuld hätte ich mehr für ihn getan würde er vielleicht noch leben wenn wir nachts mit den anderen aus der mine geflohen wären dann wäre vielleicht alles anders ausgegangen das bezweifle ich stark du sagtest selbst dass samuel die strapazen nicht überlebt hätte du hast getan was du konntest und wenn du nachts geflohen wärst hättest du mich nicht gerettet und doch lässt es mir keine ruhe ich tat was ich konnte aber es war nicht genug warum ließ gott das nur zu ja mir geht es ähnlich wer weiß vielleicht hätte ich meine eltern irgendwie retten können du musst diese gedanken loslassen stattdessen solltest du darauf vertrauen dass alles irgendeinen sinn hat wie soll das denn gehen wie schaffst du es deinen glauben nicht zu verlieren heinrich tja ich werde nie die ungerechtigkeit akzeptieren dass mir samuel stevor und mein vater genommen wurden aber ich habe noch dich ja ganz genau du hast mich und ich liebe dich ich liebe dich oh ich weiß lol oh lol was sie hat uns totes what das ging ja mal absolut und komplette Reno nach hinten los als ob sie als ob sie nicht ich dich auch sagt oh man heidrich was ist das die ist echt vor diese harte nuss alter hat sich so schnell knacken lassen was das vögeln angeht aber so ein bisschen gefühle eingestehen meine fresse da ist sie echt da hatte lust die theresa wollen wir das wiederholen ja besucht mich mal voll gerne bin ich dabei so dann ab nach johanka zurück alter vater das war ja war jetzt ein mieser mieser durchhänger alter aber jetzt ist meine dings wieder weg dass ich mehr erfahrungen bekomme da war das tatsächlich nur ein temporärer buff ach johanka oh finn what wo ist johanka sie wird im rathaus festgehalten auf befehl des bischofs festgehalten kätzerisches predigen und jetzt geh du kannst dich ja mit diesem mönch der wie eine alchemistenstube riecht darüber unterhalten er ist auch in hellster aufregung lebe wohl okay und nun ich weiß ja was mit johanka passiert ist ich rede aber trotzdem mal mit dem typen was ist johanka widerfahren nichts gutes muss ich leider sagen sie wurde vom päpstlichen inquisitor bischof jahresler von beneschau eingesperrt irgendwie muss er von ihren predigten erfahren haben und nun beschuldigt er sie der ketzerei und ließ sie verhaften oh übel was wird mit ihr geschehen was wird mit ihr geschehen weiß ich nicht heinrich das hängt ganz von der entscheidung des inquisitors ab gegen johanka wurden schwere anschuldigungen erhoben okay wir müssen was unternehmen versuche du mit bischof jahresler zu reden von ihm erfährst du mehr dass du im dienste des königlichen hauptmann stehst sollte durchaus gewicht haben aber gib acht in dieser angelegenheit hat uneingeschränkt die kirche das sagen also überschätze nicht deine position okay dann werde ich mal mit dem reden ich werde bischof jahresler von beneschau aufsuchen möge gott mit dir sein ich bin ja mal gespannt ich bin froh dass du johanka helfen willst falls du etwas brauchst weißt du wo du mich findest okay dann wollen wir mal mit dem reden wo ist der denn der tönnis der ist hier direkt schon ne wo ich mit dem inquisator inquisitor wo soll der denn sein hier drin ne hier drin ist der nicht hier drin ne hier drin ist der auch nicht ist der oben äh wa wa hier ist noch eine treppe hier ist der drin wahrscheinlich ne ah ja inquisator jahresler ich bin heinrich aus kalitz aus der garnison des königlichen hauptmanns ratzig kubila ich habe viel von dir gehört mein sohn er freut dich kennenzulernen oh cool bischof jaroslav herr exzellenz wie komme ich zu der ehre dass du über mich bescheid weißt ich habe gehört dass du das massaker in skalitz überlebt und tallenberg gewarnt hast und du hast nach einem überfall auf ein gestüt neuhhof glaube ich die angreifer verfolgen ja das stimmt das war ich und seine mannen zu ihnen zu führen und diese niederträchtigen angreifer zu töten mitsamt ihrem berüchtigten anführer gewiss ranken sich weitere geschichten um deine namen das ist beachtlich für dein junges alter meinst du nicht auch selbstverständlich ab dank ich folge nur meinem gewissen und der notwendigkeit und das zu recht mein sohn wir werden gewiss noch viel von dir hören aber ich schätze nicht dass du gekommen bist um mit mir höflichkeiten auszutauschen oder irre ich mich nein ich bin tatsächlich wegen johanka hier ich bin wegen johanka hier dachte ich mir ein anderer grund hätte mich überrascht und was liegt dir auf dem herzen ähm warum hast du sie eingesperrt warum hast du sie eingesperrt weil sie mir versprach nicht mehr zu predigen dann aber wieder dinge sagte die auf ketzerei hindeuten mhm wie hast du davon erfahren mir kam irgendwann zu ohren was ich zutrug dass eine junge frau behauptete für die jungfrau zu sprechen ich reiste dann sogleich an wie es die pflicht von mir verlangte und verfolgte inkognito das treiben in sasau um mir selbst ein bild davon zu machen verstehe okay wie geht's jetzt weiter das wird jetzt mit johanka geschehen ich muss die schwere ihrer verfehlungen abwägen und mich mit ihren visionen befassen ich halte es für unwahrscheinlich dass ihr die heilige jungfrau maria erschienen ist dennoch kann ich es zu diesem zeitpunkt nicht gänzlich ausschließen hm könnte also sein dass sie unschuldig ist in diesem fall hätte johanka ja nichts falsch gemacht so einfach ist das nicht selbst wenn es keine einbildung war hätte sie die visionen nicht nach gut dünken auslegen und auch nicht predigen dürfen hm sobald ich über alle fakten im bilde bin jedoch scheint die angelegenheit komplizierter zu sein als ich ursprünglich dachte ich werde johanka und zeugen bringen lassen alle befragen und dann urteilen okay wird jemand johanka verteidigen du ziehst mein urteil in zweifel das würde ich nicht wagen herr aber wäre es nicht gerecht wenn jemand all die guten taten die sie vollbracht hat in die waagschale werfen könnte ich werde auch jene befragen die gutes zu berichten haben was ihre verteidigung betrifft schätze ich dass du jemanden wüsstest ja mich zum beispiel dachte ich mir allerdings betrifft dich die angelegenheit nicht warum sollte ich dich als verteidiger zulassen ähm meine christliche pflicht erachte ich es als meine pflicht ihr zu helfen ich kann nicht einfach tatenlos zusehen wem kann ich nur beipflichten mein sohn du hast gute absichten daher gestatte ich es nun dein du wirst johanka verteidigen du darfst für sie das wort ergreifen und es sei dir gestattet zeugen vorzubringen diese zeugen werden von mir befragt und auch johanka werde ich natürlich befragen ich wir verbrachten unsere kindheit in scarlet's und ich weiß dass sie das herz am rechten fleckert nein das ist nicht möglich das inquisitionsverfahren sieht dies nicht vor solange die angelegenheit nicht abgeschlossen ist darf johanka nur mit mir sprechen okay aber ich muss mit ihr reden darf ich vor dem prozess mit johanka sprechen hä es ist dir untersagt mit ihr zu reden ich bin dir bereits okay okay ja ist in ordnung ist okay der prozess wird in spätestens drei tagen in der kirche zu zazau stattfinden sobald du bereit bist lass es mich wissen ich werde indes meine untersuchungen fortführen sehr wohl monseignore ich sollte mich nun an die arbeit machen leb wohl bevor du gehst du kennst johanka länger als jeder andere und wie ich gehört habe hast du viel zeit mit ihr verbracht sag mir mein sohn was ist deine ehrliche meinung in der sache äh johanka ist ein äh sorgt sich um matthias ein guter mensch es hat vielen menschen geholfen einfach da es hat vielen menschen geholfen johanka hat vielen geholfen bis zur erschöpfung hat sie bruder nikodemus mit den kranken und verwundeten unterstützt das ist natürlich lobenswert was ist dir sonst über sie bekannt ähm johanka ist ein guter mensch ich werde natürlich nur die guten sachen über johanka sagen gut bitte fahr fort ähm ein einfaches dorfmädchen zuvor in skarlitz war johanka soll ich sagen ein einfaches dorfmädchen ich hätte nie gedacht dass sie einmal so reden würde wie jetzt wie ein anderer mensch ein einfaches dorfmädchen aha bitte fahr fort ähm genau was die heilige jungfrau betrifft ich ich glaube sie ist ihr wirklich erschienen johanka ist redlich so etwas würde sie nie erfinden was sie sagte war glaubhaft und ziemlich ergreifend es klang wirklich wie eine göttliche offenbarung das war nicht johanka sondern bestimmt die jungfrau ich muss den grund für ihre sogenannten visionen in erfahrung bringen hab dank für deine offenheit gibt es sonst noch etwas das ich wissen muss äh nein 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 mehr kann ich nicht berichten war das wirklich alles ja das war alles gut das wäre so gut das wäre so gut ich werde es mir merken alles gute gut okay was müssen wir denn jetzt machen scheiße gute prozessaussagen okay fangen wir mal an die leute zu holen ach ich kann von hier wieder nicht schnell reisen mau 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 geht nicht geht nicht geht nicht okay nee also ich will jetzt noch nicht mit dem inquisitor sprechen äh fangen wir mal an ne gehen wir mal schnell reisen und holen uns mal ähm ein paar zeugenaussagen wo ist denn da hinten noch der kustos ok na versuchen wir mal johanka zu retten dann fangen wir mal an die guter lieber hier ne genau ok gut aber jetzt kommt es darauf an ich habe dir geholfen jetzt musst du mir helfen willkommen und wie ist es mit meinem an gelaufen nun wir plauderten und ich überzeugte ihn davon ich dir doch schon erzählt wirklich das sind wunderbare neuigkeiten wie hast du das angestellt ok das war so ich sage dir wie ich das gemacht habe aber erzähle sie bloß nichts in ordnung er war sehr betrunken dann nahm ich einfach sein geld und sagte am nächsten morgen er hätte es verspielt das machte ihm sehr zu schaffen und er versprach nie mehr zu würfeln aha ich hoffe er hat es wirklich so gemeint und hast ihm das geld danach wieder zurückgegeben ja ich gab es ihm zurück für seine stoffeinkäufe das ist großartig hab dank heinrich ok die aussage beim prozess ich brauche deine hilfe hast du schon gehört der inquisitor ließ johanka festnehmen natürlich jeder in zazau redet darüber außerdem hat sich der inquisitor über sie erkundigt ich möchte dich bitten beim prozess auszusagen und dich für johanka stark zu machen ich gehe da nur ungern hin aber johanka und du ihr habt mir geholfen es kann also nicht verkehrt sein etwas gutes über sie zu sagen ich weiß das zu schätzen gute du erfährst wenn es soweit ist ok die aussage von guter ist auf jeden fall schon mal aktiv äh wen haben wir denn dann noch dann haben wir hier den vogt genau da müssen wir jetzt hin und ab du bist der vogt ne hallo vogt johankas prozess meister vogt inquisitor jaroslav wird johanka den prozess machen ich weiß er war hier und hat mich befragt oh was wollte er wissen dieses und jenes zum beispiel ob die menschen hier rechtschaffen sind und ob wir die feiertage einhalten dann befragte er mich zu johanka und wollte wissen was sie alles predigte und ob ihr die leute zuhörten er sprach auch mit vielen anderen leuten hier in saasau ich hörte gar dass katra das weib des waffenschmieds ihn zum essen einlud das ist interessant ich danke dir ok wirst du beim prozess aussagen ja warum bat er mich in der tat und das erfüllt mich nicht mit freude aha und was wirst du über johanka sagen je nachdem was man mich fragt viel weiß ich ohnehin nicht ich kenne johanka nicht allzu gut sie erscheint mir redlich und aufopferungsvoll mir ist nichts über verfehlungen bekannt und es hat nie jemand schlecht über sie geredet bis vor kurzem es gab wohl tratsch über sie und herrn sebastian aber solche dinge erzählt man sich über viele frauen hier ok johanka hat selbstlos vielen menschen hier geholfen sie hat das herz am rechten fleck mag sein und doch sind da ihre predigten sie sorgen für zwietracht die einen schenken johanka glauben die anderen verteufeln sie ich weiß selbst nicht was ich davon halten soll und ich will keine voreiligen schlösser gute entscheidung Mr. Vogt ok meinst du ich kann ihn verstechen kannst du dich bei deiner prozessaussage für johanka stark machen natürlich würde ich mich erkennlich zeigen was du stiftest mich dazu an mein ei zu begehen der inquisitor wird davon hören mit welchen methoden du johanka verteidigst uff ok nein du hast mich falsch verstanden das würde ich nicht wagen die wahl meiner worte war ungeschickt ich wollte eigentlich sagen dass ich mich sehr freuen würde wenn du dich für johanka aussprichst weil sie es mehr verdienen würde sie es mehr verdienen würde als die ah das ist nicht so gut gelaufen nun gut vergessen wir deine ungeschickte wortwahl hab Dank Meister Vogt machs gut na gut er hilft also erstmal jetzt nicht so den haben wir denn ansonsten also dann haben wir hier noch Pater Fabian Pater Fabian Pater Fabian was hast du denn für ein Problem also was sagst du denn aus besser gesagt überhaupt er chillt hier irgendwo ne chillt du denn ach der haut hier ab von mir was ist das denn für eine freche sau so geht es aber nicht flüchte nicht vor dem anwalt du kannst dich sowieso nicht verstecken wo ist er denn wo ist er denn äh hier muss ja hier sein ne das klang wie Pater der Inquisitor ließ johanka verhaften ich weiß mein sohn es wird zum prozess kommen das ist gut so die sache muss endlich aus der welt geschafft werden okay und was denkst du über die Sache wie gesagt es ist gut dass man sich dieser Angelegenheit annimmt das was johanka gepredigt hat war gelinde gesagt verstörend niemand weiß was wirklich in ihrem Kopf vorgeht sie hat den Menschen einen Floh ins Ohr gesetzt und sie auf Irrwege geführt anstatt in die Kirche zu gehen suchen sie johanka auf und denken doch tatsächlich dass sie bei ihr Trost finden dadurch entsteht nur ein Rest zwischen der Kirche und den Menschen bis sie sich irgendwann vom wahren Glauben abwenden und dann geraten sie in einen ketzerischen Sumpf ja ist ja schon wieder klar johanka gab nur das wieder was die heilige Jungfrau ihr sagte ist ja schon wieder völliger Quatsch ist ja klar dass ihm das nicht passt dass es die heilige Jungfrau war nun johanka ist vertrauenswürdig tja aber sicher weißt du es nicht glaubst du wirklich ein Mädchen aus dem Stall weiß mehr über Gott als die Kirche mehr als Generationen von Kirchenvätern und Gelehrten seit den Zeiten Jesu die die heilige Schrift und ihre Auslegungen eingehend studiert haben bei all dem Unheil in der Provinz ist eine falsche Prophetin das letzte was die Menschen brauchen hm auch Jesus wurde im Stall geboren auch Jesus wurde im Stall geboren das kann man nicht vergleichen er war der Sohn Gottes aber genug Bischof Jaroslav bat mich beim Prozess mein Misstrauen kunst zu tun und der Bitte werde ich nachkommen er wird an eine Entscheidung fällen zu Recht denn er ist mehr dazu befähigt als jeder andere wenn du das sagst Pater mach's gut ok er feiert es also nicht ihn konnte ich nicht umstimmen ich hoffe ich konnte den Vogten umstimmen wer ist er da Katra ok dann sprechen wir mit Katra ja ich bin natürlich ich hoffe natürlich dass ich Johanka helfen kann ne äh äh ich sehe nix hier ist sie wahrscheinlich drin ne naja da ist sie doch hello ja warte mal ich will einmal kurz mit dir handeln hast du irgendwas was ich brauchen kann äh das ist schlechter ja gut das benutze ich alles nicht ja mal durch das ist schlechter im guten Dolch kann ich nicht ausrichten 74 74 74 Stich also der wäre wieder gut im Stich wie gut ist denn meine Waffe im Stich 89 Klinge 62 75 also mein Damage ist auf jeden Fall schon besser also und der Rest rettender Engel ist auch sehr viel schlechter von 85 auf 63 ist schon wirklich sehr sehr viel schlechter euer Pferde ne kann ich alles nicht gebrauchen ich muss mal mit dir über den Prozess reden ich komme wegen Johanka du bist doch ihr Stecher oder was willst du denn ich bin nicht ihr Stecher nein wir sind nur befreundet Matthias ist ihr Stecher ach Gott weiß wie viele sie hat wie ich hörte hat Bischof Jaroslav bei euch zuhause gespeist ja na und wenn ein ehrbarer Mensch wie Bischof Jaroslav in Sasau weilt ziemt es sich für gute Bürger sich gastfreundlich zu zeigen mhm was habt ihr gegen Johanka wieso was ist denn los mit sie taucht hier auf und will uns vorschreiben wie wir leben sollen weil die heilige Jungfrau ihr nachts etwas zugeflüstert hat gewiss doch einem einfachen Dorfweib ich frage mich wer sie tatsächlich um den Verstand bringt mit ihrem Unfug sorgt sie hier nur für Unruhe und zwar vor allem in den Köpfen unserer Männer Sasau ist ein anständiger Ort das kann ich so jetzt nicht teilen muss ich sagen wir wollen hier kein Ärger all das Gerede über die Hölle und das Weltenende Gott hab Gnade niemand interessiert sich für ihre Botschaft es geht nur um das Spektakulum sie hätte sich das zweimal überlegen sollen dabei wurde sie gewarnt okay gewarnt das was ich gesagt habe ähm ja echt mal erzähl nun gut ein paar unserer Leute suchten sie auf und machten ihr deutlich dass sie aufhören soll niemand braucht ihre Predigten hat sie aufgehört? nein der Teufel will dass sie Unheil über uns bringt du hast die Störenfriede geschickt ich wollte nur die Bewohner Sasaus vor ihrer giftigen Zunge beschützen und ich will es nach wie vor der Monsignore wies mich an beim Prozess auszusagen und das werde ich tun und ich ebenfalls leb wohl geh machs gut okay kann ich die denn nicht umstimmen? kann die wohl nicht umstimmen, hä? also ich weiß jetzt nicht aber irgendwie kommt mir das so vor also der einzige der jetzt also die sind alle relativ auf ihre Aussagen eingefleischt ich hatte jetzt nie so richtig die Chance die umzustimmen hm naja gute Frage wie wir das Problem jetzt hier lösen beim Moment steht es der Pater und die Frau gegen mich und Guter hm ich sehe jetzt erstmal außer dann käme es jetzt auf den Vogt an wer ist denn hier der Typ der aussagen möchte du? ne oder? ne du ist das ne? Pavel Pavel guter Mann du bist noch hier Gott sei Dank ich wollte dich nicht verpassen ja ich bin noch hier aber nicht mehr lange ich musste noch etwas dringendes erledigen aber nun mache ich mich bereit aufzubrechen was kann ich für dich tun? du musst noch bleiben hm vielleicht hast du mitbekommen dass der Inquisitor Johanka den Prozess machen wird ja ich habe es gehört die Arme ich möchte dich bitten beim Prozess für Johanka auszusagen gewiss Heinrich du hast mein Wort und das Wort eines redlichen Bürgers aus Kolin hat Gewicht aber für jemanden zu sprechen der der Ketzerei bezichtigt wird das Teige was soll ich denn sagen? das was du mir gesagt hast dass es für dich Vorhersehung war zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein als Johanka predigte gut genau das werde ich dem Bischof sagen ich danke dir bitte bleib hier solange der Prozess nicht abgeschlossen ist du bekommst Bescheid Johanka zuliebe werde ich bleiben möge Gott mit dir sein okay er sagt schon mal aus das ist gut das ist sehr sehr gut äh dann haben wir noch F dann können wir noch den Bruder Nicodemus äh Aussage holen oder dann können wir schnell reisen aber so jetzt hier von hier aus kannst du nicht oi okay jetzt müsste es aber gehen okay fangen wir mal den Bruder Nicodemus wir holen alle Aussagen rein also jetzt haben wir drei gute Aussagen zwei positive Aussagen und einer so boah ich hab ehrlich keine Ahnung und der Vogt sagt so puh ich hab echt keinen Plan Heinrich schön dass du da bist Heinrich schön dass du da bist er freut mich und wer ist denn der andere hier mit dem ich sprechen soll Adelas achso na klar ich erinnere mich hallo Bruder Nicodemus Gibt es etwas Neues der Inquisitor hat verfügt dass Johanka angeklagt wird allerdings darf ich sie verteidigen das ist ziemlich ungewöhnlich das muss bedeuten dass er sich noch nicht festgelegt hat ja ich hole sie da raus ich fürchte das wird nicht leicht werden wahrscheinlich nicht ne dass Johanka bei dem Prozess die gleichen Dinge sagen wird die sie gepredigt hat was meinst du damit nun ich habe über ihre Worte nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen dass ihre Botschaft durchaus aneckt hast du schon einmal von den drei Ordnungen gehört oder drei Säulen ne jetzt sagt mir nix dann hör zu es heißt dass jeder Mensch seinen gottgegebenen Platz und Zweck in der Welt hat Laboratoris Oratoris oder Bellatoris man arbeitet man betet oder man kämpft das gemeine Volk muss demnach die Früchte der Erde ernten und dem Gesetz Gottes und der Menschen gehorchen den Adligen obliegt es die Menschen und die Kirche zu beschützen und hier auf Erden für Frieden und Gerechtigkeit zu sorgen die Kirche wiederum steht in der Pflicht für das seelische Wohlergehen aller zu sorgen indem sie die Erlösung der Seele sicherstellt und den Menschen in schweren Zeiten Trost spendet damit sie ihre weltlichen Prüfungen meistern und ins Himmelsreich eingehen aber was hat das mit Johanka zu tun nun in ihrer ersten Predigt ging es hauptsächlich um die Sorgen des gemeinen Volkes und in der zweiten Predigt hat sie den Adel kritisiert okay und das bedeutet ja das mag sein worauf willst du hinaus ich fürchte dass sie als nächstes über die Kirche reden wird falls sich die Gelegenheit bietet und wenn sie dann so wettert wie gegen die Adligen na das wird nicht so gut das wäre tatsächlich nicht so gut sie sollte vor dem Inquisitor Demut zeigen und überdies wäre es das klügste rollmütig zu sein die ist ziemlich stur aber vielleicht hört sie ja auf dich ja ich komme nur nicht hin niemand außer den Männern des Inquisitors dir wird schon etwas einfallen Johankas Schicksal liegt jetzt wohl in deinen Händen ich zähle auf dich Gott sei mit dir Puh okay what noch mal was äh hier ist noch was ne aber hier sind noch Uda Nikodemus Prozessaussage wie bitte was da Aussage beim Prozess wärst du bereit dich als Gelehrter ich habe ihn nicht gefragt er hat mir nur gesagt was ich machen muss aber selbstverständlich das bin ich Johanka schuldig ein solcher Zuspruch könnte viel Gewicht haben versuche mehr Leute dazu zu bewegen ja tue ich äh okay nevermind das ist unwichtig jetzt müssen wir Adela noch holen wo ist die denn die ist hier ne Adela Adela der Inquisitor wird Johanka den Prozess machen oje ich hoffe er spricht sie frei ich war am Boden zerstört als man sie festgenommen hat ich suche Leute die sich für sie stark machen würden und dachte da an dich ich will da eigentlich nicht hin dieser Inquisitor macht mir Angst aber ihr zwei habt mir auch geholfen daher werde ich mich für sie stark machen das ist sehr gut was sage ich beim Prozess ich bin nur eine einfache Frau mit diesen Dingen kenne ich mich nicht aus das spielt keine Rolle sei einfach du selbst es sollte reichen zu erwähnen wie viel Gutes sie hier tut und wie sehr sie anderen hilft halte dich jedenfalls bereit na klar der Kustos wird nicht beeindruckt sein wie komme ich denn an Johanka ran ich kann jetzt nochmal versuchen mit dem Kustos zu reden gucken ob der für Johanka äh aussagt und da muss ich mir überlegen wie ich an Johanka herankomme hallo Sebastian vom Berg ich brauche deine Hilfe Herr gewiss ist dir nicht entgangen dass der Inquisitor Johanka festnehmen ließ und sie der Ketzerei bezichtigt in der Tat und es beunruhigt mich glücklicherweise gestattet er es mir sie beim Prozess zu verteidigen was? bist du dem überhaupt gewachsen? natürlich es wird gut ausgehen aber ich brauche dich beim Prozess als Zeugen um für Johanka auszusagen selbstverständlich ich werde gewiss nicht untätig herumsitzen zumal mich der Bischof bereits angewiesen hat beim Prozess zu erscheinen oh verstehe warte kurz tut mir leid falls ich etwas aufbrausend war die Sache macht mich sichtlich nervös es ist löblich dass du sie verteidigen kannst ich fürchte jedoch es ist vergebene Liebesmüh nichts für ungut aber ich denke du wirst beim Prozess nichts bewirken der Inquisitor wird ungeachtet dessen entscheiden was andere sagen aber es gibt etwas das du tun könntest was denn fliehen mit Johanka natürlich aber wie vielleicht hast du recht aber wie der Bischof lässt niemanden zu Johanka Johanka wird im Rathaus festgehalten nicht wahr gib dich doch als Wache des Inquisitors aus um nachts hinein zu gelangen und dann mit ihr zu fliehen das klingt sehr riskant weiß nicht das klingt sehr riskant falls ich erwischt werde wird Johanka erst recht verurteilt und ich auch denk darüber nach wie du auch entscheidest falls Johanka zu Schaden kommt wirst du mir Rede und Antwort stehen ich kann sie gut leiden und sie mich ich will nicht dass ihr etwas zustößt hast du das verstanden doch sollte die Sache gut ausgehen werde ich mich bei dir erkenntlich zeigen okay Gott behüte dich okay 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 ja wir können jetzt noch einmal kurz versuchen also fliehen werde ich mit ihr selbstverständlich nicht das ist glaube ich die dümmste Idee die man haben kann nur versuchen mich irgendwie da rein zu sneaken und irgendwie mit ihr zu sprechen mal gucken wo ich da hinkomme wo die wohl ist wo die festgehalten wird hier nicht hier auch nicht okay dann kann doch der nur noch da oben sein vielleicht einmal vorher speichern sollen irgendwie ist mir gerade da so ein da ist mit mir jetzt da ein hund im weg oh Fifi ey du gehst mir gerade auf den Sack aber manchmal bist du auch echt einfach nur eine Last anstatt eine Hilfe wo ist denn Johanka ist die hier? gucken wir mal gucken wir mal wo ist denn die? wo ist denn die? geht's dir gut? Jo Jo wo kommst du denn her? hm oh 40 Groschen können wir noch mitnehmen okay bin ich im falschen Gebäude? na ich bin schon richtig noch mal wo ist denn die? wo der hölle ist johanka warte mal hier ist der vogt hier drin hier kann jeder auch nicht drin sein oder hier ist die da auch nicht drin wo ist die denn hier ist die nicht drin ok da bin ich jetzt etwas überfragt muss ich ja mal zugeben wer bist du ein wächter ok welche ist die halt auch nicht wo zum arsch ist johanka dann gucke ich mich hier noch mal ein bisschen um vielleicht finde ich ein paar groschen oder so offenbar darf ich ja hier sein spricht ja scheinbar jetzt nichts gegen die ach du scheiße das sind auch nur bücher dran goldener kelch noch mal zwei von den kelchen da kelche jawohl ok dann packe ich jetzt kurz einmal das diebesgut in die ins wert ja ok machen wir uns jetzt noch mal auf die suche nach johanka dann wo ist die denn ach hallo ich will ja auch gar nicht mit johanka sprechen der bischof schickt mich das war nur zur kontrolle gut reagiert ich bin im gefolge des bischofs und auf seinen befehl hier ich muss mit johanka reden dann weißt du bestimmt dass jeder seine zugehörigkeit zum bischof mit einem dokument beweisen muss gut gut eine gewissenhaftigkeit ist löblich ich habe das dokument gerade nicht bei mir es wird sicher im kloster verwahrt bedauere herr dann musst du es leider holen ich kann dich nicht passieren lassen der monse niore wäre sonst sehr zürnt natürlich kannst du denn überhaupt lesen ein wenig herher deswegen dieser posten das ist gut dann bist du hier der richtige mann also ich werde das dokument holen wo kriege ich das dokument denn her ja gute frage freunde wo kriege ich das dokument her tja okay ist natürlich jetzt wirklich eine unsagbar unschöne frage ich noch mal jetzt mit dir reden möchte mit johanka sprechen ja wir werden uns bestimmt einig johanka ich will sie nur okay was würdest du nun aber den befehl des bischofs wer sich selbstlos in gefahr bringt verdient einer angemessene belohung genau hier 300 nimmse naja das ist doch schon mal schön sprich mit johanka hallo johanka johanka alles in ordnung ja heinrich mir geht's gut freut mich dich zu sehen ich sprach mit dem inquisitor dir wird der prozess gemacht ich weiß es liegt nun in gottes hand tut es nicht ich meine doch natürlich aber ich darf dich beim prozess verteidigen du willst mich verteidigen hab dank heinrich das ist sehr nett von dir doch das muss ich tun natürlich muss ich das tun nicht zulassen dass mir etwas geschieht ich bin ihr werkzeug und alles liegt in ihrer macht was auch geschehen mag es ist ihr heiliger wille ich werde nicht tatenlos zusehen du brauchst jemanden der für dich aussagt deswegen verteidige ich dich wie du meinst vielleicht ist das ja der wille der heiligen jungfrau dann soll es so sein okay bin nach ruhe schütze gepilgert das ist schön heinrich ich hoffe du hast buße getan ich habe auch für die kirche gespendet der gemeindepfarrer dort pater godwin fragte übrigens nach dir ach ja was hast du ihm gesagt ich habe ihm erzählt was geschehen ist und was du alles gesagt hast ehrlich gesagt hat es ihn ziemlich bewegt er gab mir dann sogar schriften siehst du möglicherweise ist das ein zeichen der jungfrau okay was den prozess betrifft ja der prozess ich werde dafür sorgen dass leute für dich aussagen bruder nikodemus denkt jedoch dass du dinge sagen wirst die den inquisitor zirn mach das bitte nicht rede respektvoll mit ihm beantworte voller demut seine fragen und sagt bloß nichts was ihn verärgern könnte und wettere keinesfalls gegen die kirche und die pfarrer bitte ich werde im sinne der heiligen jungfrau sprechen okay hör mir bitte zu lass den inquisitor und die kirche einfach außen vor zeig reue und gestehe dein fehlverhalten ein dann hast du es hinter dir der inquisitor ist bestimmt kein schlechter mensch gib dich geschlagen dann wird er dich freilassen du auch noch dasselbe hat auch schon sein gehilfe gesagt ihr zwei habt euch gegen mich verschworen nicht nein wir haben uns nicht gegen die euch dich verschworen ich wusste nicht mal dass er hier war vertrau mir ich möchte dir nur helfen du glaubst mir nicht mehr habe ich recht doch johanka das tue ich aber beim prozess musst du vernunft und reue zeigen es hängt viel davon ab vielleicht sogar dein leben ich weiß zu schätzen dass du dich um mich sorgst wirklich aber verstehe doch ich kann das erscheinen und die botschaft der heiligen jungfrau nicht verleugnen nicht jetzt nach allem was passiert ist ich kann nicht sie wird sonst matthias nicht heilen nicht nur das wohl anderer zählt sondern auch das deine oder willst du etwa als kätzerin verurteilt werden damit hilfst du niemandem dir nicht und auch nicht matthias ich sagte es bereits alles liegt in der hand der heiligen jungfrau welches schicksal sie auch für mich vorsieht ich nehme es an zack das wird eine katastrophe was wollte bischof jaroslav von dir wissen alles mögliche wie die jungfrau mir erschienen ist was sie mir gezeigt hat und warum ich überhaupt predige er erschien mir nicht einmal unangenehm dann fragte er wegen skalets ob ich zur messe gehe und viele andere dinge am ende sagte er ich dürfe nicht mehr öffentlich über die erscheinungen und dergleichen reden aber ich konnte mich nicht daran halten die heilige jungfrau stellt mich auf die probe und ich muss tun was sie mir aufträgt komme was wolle davon war er sicherlich nicht begeistert nein er kam mit seinen männern bat die leute zu gehen und ließ mich schließlich hier einsperren und mich schließlich fbn fnh fx fb 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 fb